23. November 2018 22.10 Uhr Steffen Curry nach Unfall unverletzt Basketball Superstar Steffen Curry vom NBA Champion Golden State Warriors hat am Freitagmorgen einen Autounfall unverletzt überstanden. 24. Der schwarze Porsche des 30-Jährigen trug bei dem Crash-Dreier-Autos ordentliche Schäden davon. Currys Sportwagen war nach Angaben der Polizei auf dem regennassen kalifornischen Highway von zwei anderen Fahrzeugen von vorne und hinten gerammt worden. 25. Curry, der derzeit noch wegen einer Leistenverletzung außer Gefecht gesetzt ist, kam nach Angaben der Warriors unbeschadet bei seinem Reha-Training an. 27. Nova 25. 6. 29.